Hallo und willkommen zu unserem Podcast Neulich in Aventurien, heute mit dem Thema Wie viel Held braucht die Welt? Mit dabei ist der Mischka, der allseits Bekannte. Allgude zusammen. Und wir haben den lieben Atta noch einmal bei uns zu Gast. Hola. Und ein wenig durch den Podcast darf ich Jolikels euch ein bisschen leiten. Ja, wir hatten uns letztes Mal mit dem Thema Antiheld quasi, also mit dem Schurken beschäftigt, haben eine kleine Definition aufgestellt und uns überlegt, ob so ein Schurke, ein Bösewicht als Spielcharakter taugt. Jetzt stellte sich uns die Frage genau das Gegenteil. Wie viel Held sollte der Spieler sein? Wie viel Heldenhaftes sollte er mit sich bringen? Oder reicht es auch einfach, den Allwelts Allrig aus Aventurien zu spielen? Ich sag mal, DSA bzw. Aventurien hat ja schon die Besonderheit, dass man als Bauer von nebenan tatsächlich auch spielen kann. Das bieten ja viele Systeme überhaupt nicht. Die Möglichkeit hat man in Aventurien durch das ganze Regelsystem allein definiert. Und auch, weil es doch immer wieder auch schon vorgefertigte Charaktere als solche gibt. Von daher stellt sich mir die Frage, was sind klassische Heldencharaktere in Aventurien und was ist der Allrig in Aventurien? Ich denke mal, so klassische Helden, wie man sie jetzt vor der fünften Edition kennen würde, wäre ein studierter Krieger. Denn Krieger lernt man ja auf einer Akotomie, also ist auch wirklich ein Studiengang sozusagen an Aventurien. Ein studierter Magier, der klassische Torwahler, der auszieht, um Heldentaten zu vollbringen. Und ja, kommt jetzt natürlich auch drauf an. Aus denen könnte man auch Allrigs machen, wenn man das wollte. Also wenn man gerade die Kriegerakademie anfängt, wenn man da draußen Abenteuer machen will zum Beispiel. Und irgendwas geht schief. Man soll, weiß ich nicht, eine Expedition machen, um wandern zu lernen oder so. Und bricht in eine Höhle ein, kommt nicht mehr raus und findet ein Dungeon. Ging ja alles. Aber ich glaube, dass es schon so der Kernpunkt ist, die klassischen HeldInnen sind Menschen, die quasi ausgebildet wurden, eine Heldentat zu vollbringen. Sofern man dafür ausgebildet werden kann. Also alle, die ihre Ausbildungszeit damit verbracht haben, etwas zu lernen, was für eine Heldentat wichtig und günstig ist. Ich glaube, im Gegenzug, wenn man halt die andere Rolle anschaut, das, was man auf der anderen Seite hat, sind halt eben, sagen wir mal, der Bauer, die Bäuerin, ein Handwerker, ein Holzfäller oder ein Wäscher oder was auch immer man sich da vorstellen kann. Also Menschen, die einfach aus dem normalen Leben herausgerissen werden, aber eigentlich ihr Lebtag nie etwas gemacht haben, was man als heldenhaft betrachten würde. Und auch Eigenschaften mitbringen, die man nicht unbedingt als Grundeigenschaften eines Helden betrachten würde, einer Heldin. Also der Holzfäller mag vielleicht noch eine Axt schwingen können, aber die meisten Orks bewegen sich mehr als einen Baum, auf den man einhackt. Und dementsprechend sind sie halt meistens auch wesentlich besser vorbereitet auf ein Leben als Held oder Heldin. Das hat man dafür aber umso öfter in der Literatur. Also das erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist Aragorn, der wirklich das klassische Beispiel ist, der vom Bauernjungen zum Brachenreiter wurde. Aber auch, wenn man so möchte, sind die Hobbits aus dem Herr der Ringe genauso im Fall, die einfach überhaupt nicht dafür gemacht waren eigentlich von ihrer Grundvoraussetzung her und am Ende doch Helden und Heldinnen wurden. Wobei Merry und Pippin vielleicht noch mehr als Frodo und Sam, die eine ganz andere Reise gemacht haben und die auch Helden und Heldinnen sind, aber nicht diese klassischen, also auch am Ende nicht in ihrer Geschichte, nicht klassische Helden waren, die an Merry und Pippin ja Kämpfe bestritten haben. Wer mir noch zu spontan einfällt, ist der Pryos-Geweihte, der vielleicht in seinem Dorf oder, also nicht Geweihte, aber der, äh, jetzt bin ich aber auch total falsch, ähm, vergiss das Beispiel. Ich meinte auch nicht den Pryos-Geweihten, vergiss das. Warum Pryos-Geweihten? Sind doch die Helden-Aventuriers. Genau, ja, das ist der Helden-Aventurier. Nein, ich meinte, nein, nein, ich war gerade in einem kleinen Dorf, der, äh, Travia-Geweihte oder der gerade die Ausbildung zum Travia-Geweihten beginnt, der ja doch mehr im Alltag verankert ist, denn, äh, zum Helden eigentlich, äh, geschaffen, ne? Also ist wieder auch für mich die Definition der, äh, Reise, der Held da machen will. Klar, könnte man jetzt sehen, der, der auszieht und die bösen Orks bekämpft und die Jungfrau rettet und den Drachen tötet, wie man es so kennt. Für mich wäre zum Beispiel auch eine sehr sympathische Heldengeschichte, jemand, der entweder, sagen wir mal, nach Krangor einreist, wo man ja einen Bürgerbrief haben muss, um dort ansässig zu wohnen, zu handeln, sich das erstreitet, sich irgendwie ein Handelshaus aufbaut und jetzt mal übertrieben zum Handelsmagnaten wird. Das ist definitiv auch eine Heldengeschichte, aber der anderen Art, die definitiv ein Holzfäller, Schreiner oder Weber beginnen könnte. Das kommt da natürlich wieder auf die Gruppe an, ob die auf sowas Lust hat. Weil man da ja fast sagen könnte, dass in dieser Heldengeschichte, zumindest wenn, wenn das jemand ist, der grundsätzlich mit Handels zu tun hat, er eigentlich schon wieder eher der klassische Charakter dafür ist, weil er ja von Grund auf in seinen Lehrzeiten Fähigkeiten erlernt hat, die ihn genau darauf vorbereiten. Also der Händler, der mit einer Kiepe durchs Land zieht oder die Händlerin mit ihrem kleinen Wagen, die nach Krangor kommt und dann Störrebrand-Konkurrenz macht, am Ende ist vielleicht das Pendant zu einem Krieger, der auszieht und am Ende eben den bösen Schwarzmagier bezwingt, der ganze Landstriche verwehrt hat. Also ich glaube, man muss halt immer gucken, also für mich ist die Kernfrage dahinter, möchte man genau diese Geschichte spielen von jemandem, der eigentlich nicht dafür gemacht war und doch zum Helden wurde, die man eben in der Literatur sehr oft wiederfindet, oder plant man eher einen Charakter, der quasi von vornherein alles mitbringt, was es für diese Aufgabe braucht und dann quasi aber an der Größe der Aufgabe quasi seinen Heldenmut, seine Heldenhaftigkeit beweist. Also auch selbst für einen ausgebildeten Krieger ist ein Ork durchaus ein kleines, Gegner auf Augenhöhe oder für eine Magierin. Eine Magierin ist nicht dafür geschaffen, vielleicht ganze Horden von Untoten zu bezwingen, genau das unterscheidet dann eben den normalen Magier, die normale Magierin von einer Heldin oder einem Helden am Ende, am Ende der Kampagne, nicht am Anfang natürlich. Also in der Tat habe ich dieses Experiment wirklich in der Spielrunde gemacht, habe ich vor anderthalb Jahren angefangen, da habe ich mit einer Gruppe in DSA das Fest der Schatten begonnen, was tatsächlich ein Grangor spielt, ich will jetzt den Plot nicht spoilern, um was es genau geht, aber meine Anfrage an die Gruppe war, macht bitte 0815 Menschen aus dem Leben und wir hatten eine Tavernenwirtin dabei, die eine rollende Taverne geführt hat, einen Schreiner, eine Tänzerin und einen Schelm, die halt dann in diese Verwicklung des Fest des Schattens gehen, was halt so eine Detektivgeschichte ist mit ein bisschen übernatürlichem Aspekt und so weiter, was halt wirklich Helden gebraucht hätte, zum Beispiel muss halt recherchiert werden in der Bibliothek, es muss gekämpft werden können und war für mich einfach die logische Herleitung, es gibt halt keine anderen Helden in der Stadt, beziehungsweise die werden halt durch andere Umstände alle gebunden und können nichts machen und so mussten diese Helden sich quasi, also sie hätten auch die Wahl gehabt, wir flüchten einfach aus der Stadt, hätte ja man auch machen können, wenn man sagt, mein Leben ist mir lieber, die Wahl hätte ich ihnen auch gelassen, aber war sehr schön, das mitzuerleben. Das hat halt auch Probleme mit sich gebracht, beziehungsweise Seitenstränge im Plot aufgemacht, da bin ich mir nicht sicher, ob sich diese abgehobenen oder sich dafür berufen gefühlten Helden, ob die sich drum gekümmert hätten, also zum Beispiel eine Frau von einem umgekommenen Wachmann, hätten dann die anderen gesagt, naja, die wird schon Verwandte haben und die wird schon klarkommen, aber die haben sich halt explizit um diese Frau folgenlang gekümmert, mit den Schwiegereltern geredet, ob die unterkommt, geguckt, ob sie einen neuen Mann kriegt, ob die Kinder versorgt sind, das war für die ein echtes Thema und das fand ich super, weil es halt auch an den Personen, an dem Schreiner, an der Wirtin, an der Tänzerin viel näher dran ist als an einem studierten Magier oder Krieger. Das heißt, definiert man, sagen wir mal, beim Start einer Kampagne oder eines Abenteuers den Held an seinem Beruf, Schrägstrich seiner Berufung? Also am Anfang einer Kampagne oder am Anfang eines Abenteuers sollten die meisten Charaktere noch keine Helden sein, das heißt, man startet wirklich eine High-End-Kampagne. Also wenn man, ich sag mal, in sowas wie die Baubrat-Kampagne würde ich jetzt nicht mit einer Wäscherin gehen, beziehungsweise höchstens mit sehr, sehr viel Vorlauf und vielen Vorabenteuern, weil da ja quasi schon gestandene Helden verlangt werden und man kann prinzipiell immer auch mit einem, ich sag mal, einem nicht-heldenhaften Charakter starten, wenn ich jetzt mal diese Eigenschaft, dieses Vorwissen rechne, eben halt mit der Tänzerin. Am Ende einer Kampagne wird jeder dieser Charaktere am Ende ein Held sein, eine Heldin, weil sonst hätte sich die Kampagne nicht gemeistert. Da werden auch Eigenschaften erworben worden sein, die nicht zu den ursprünglichen Eigenschaften einer Tänzerin oder eines Tänzers gehören. Wenn man eine Kampagne spielen, wo es darum geht, seine Tänzerin zur besten Tänzerin der Welt werden, also das ist nicht, zumindest nicht das, was man, glaube ich, die meisten Runden in Pen-Paper-Rollenspielen spielen. Das mag vorkommen, sicherlich, es gibt sicherliche Gruppen, die das so ausspielen, aber die wenigsten Gruppen drehen sich um die Eigenschaften der Leute, also niemand befasst sich, zwar nicht niemand, aber die wenigsten befassen sich Sessions lang damit, dass ein Holzfäller sein Holzfällerhandwerk perfektionieren möchte. Meistens wird der Holzfäller dann irgendwann zu einem Helden und nimmt dann vielleicht die Rolle eines Kriegers ein, halt ohne es gelernt zu haben, aber er lernt halt, seinen Holzverlags eben auch gegen Orcs zu schwingen und nicht nur gegen Bäume in den meisten Szenarien. Aber daraus wäre vielleicht auch die Frage, was sind denn eigentlich, was spricht denn für beide Varianten? Was spricht für Leute, die quasi darauf vorbereitet wurden, ihr Leben lang Held oder Heldin zu sein? Und was spricht für Charaktere eben, also Mischke hat ja schon ein paar Dinge angeschnitten aus seiner Runde, die eigentlich gar nicht dafür, keine Prädisposition haben, nicht dafür von vornherein quasi stimmt zu sein scheinen, sondern die eher in diese Rolle reintaumeln, reingeraten oder vielleicht auch einfach nur mit Mut und Tapferkeit sich der Sache stellen. Das heißt klassische, wäre ja der nächste Schritt der klassische, die klassischen Berufsfertigkeiten aus DSA versus die Berufung der Heldenfähigkeit im Kampf und sich dem Bösen und Übernatürlichen direkt zu stellen. Die Frage ist für mich halt immer wieder, muss das Böse und das Obernatürliche sein, um der Held zu sein? Also da wir ja das Thema schon mal in grauer Vorzeit hatten, ab wann ist man Held, ab wann ist man Schurke und so weiter und so fort, wenn ich mir überlegen würde, ich fange mit einem Charakter an, der genau weil er keine Profession hat, keinen Neumund, kein gutes Elternhaus, einfach so ein bisschen auf die schiefe Bahn kommt, auf der Straße überleben muss hier und da, Gelegenheitsdieb ist, aber so langsam sich zum Helden, also erst mal zu einem ehrlichen Menschen entwickelt, vielleicht sogar Bürgerstatus kriegt, was ja aus seiner Ursprungsperspektive als Straßenkind schon unerreichbar hoch ist und dann in welcher Form auch immer der Held wird. Das ist für mich eine wesentlich vielseitigere, unterhaltendere, ist ja jetzt mal hingestellt, Heldenreise, als wenn ich sage, ja, ich habe sowieso schon einen ausgebildeten Krieger und ja, der hat im Rockensturm mitgemacht und ja, der hat halt auch die Bauberat-Kampagne durch. Ja gut, da ist ja die Frage, was kann man da noch draufsetzen? Wenn die Bauberat-Kampagne durch hat, dann sind wir schon noch nicht am Beginn einer Kampagne, sondern es ist eher noch die Frage, wie will man das noch toppen? Es gibt ja noch Folgeabenteuer von der Bauberat-Kampagne. Ja, wobei man da die Frage stellen kann, ob die die Bauberat-Kampagne toppen oder ob es eher quasi eine grundologische Fortsetzung ist, aber das ist ein anderer Punkt. Und man muss auch tatsächlich vielleicht zugeben, zu Zeiten von DSR 5 vielleicht auch gar nicht mehr die zentrale Frage, weil die Bauberat-Kampagne zwar viel noch ein Begriff ist, aber ich glaube, sie wird dadurch, dass die Weltenaventur natürlich weiter fortschreitet, an Bedeutung verlieren in ihrem Spielwert. Und dementsprechend wird auch die Frage an Relevanz verlieren. Ich glaube, ich bin da sehr geprägt davon, dass ich tatsächlich, also ich persönlich, ich kann das nachvollziehen, aber ich finde nicht den großen Geschmack an diesen untypischen Geschichten. Also ich spiele schon gerne klassische Abenteuer in der Hinsicht und ich orientiere mich sicherlich auch gedanklich auf sein Kaufabenteuern. Und da geht es ja weniger um die Frage, kann ich den Weg dieses Charakters in seinem Lebensspann gestalten, sondern eher, wie fügt sich ein Handwerker, eine Handwerkerin, ein Bauer in ein solches Szenario ein. Also im klassischen Kaufabenteuer geht es halt nicht darum, dass ein Bauer zum Großgrundbesitzer aussteigt, sondern es geht ja darum, ob der Bauer die Jungfrau in Nöten retten kann oder den bösen Schwarzmagier stoppen kann. Und genau das finde ich mega interessant, weil per Definition ist die Antwort, ja, das kann er oder er sollte es können, weil ansonsten, wenn du als Meister sagst, nee, du kannst diesen Task nicht schaffen, weil du bist kein ausgewählter Krieger, würde ich nochmal mit dem Meister drüber reden, ob er das wirklich so durchziehen will. Beziehungsweise der muss sich einfach viel mehr einfallen lassen, weil klar, der straighte Weg mit dem Zweihänderschwerte, der geht für den Bauern wahrscheinlich nicht. Wäre für mich schon wieder eine viel größere Herausforderung. Beziehungsweise ist mir gerade eingefallen, wenn du sagst, ja, diese klassischen Geschichten, da bist du ja bei DSA-Kaufabenteuern mega gut aufgehoben, sind ja da weit verbreitet. Die Schatzsuche, den Befreiungen, was auch immer. Aber es gibt auch tatsächlich ein paar, welche, wo ein so guter Turn drin ist, dass die Helden ohne es zu wissen zu Verbrechern gemacht werden. In der Aachenstein-Kampagne geht das so los, deswegen mag ich die persönlich sehr gut. Da trifft man auf einen Adeligen, der halt irgendeinen Auftrag gibt. Hat für mich auch wieder einen ganz anderen Impact, wenn du so eine Kampagne mit jemandem startest, der jetzt halt nicht Bauer ist, aber für den Adeliger noch was Besonderes ist. Und nicht, wir haben eine Gruppe aus fünf Kriegern, die sowieso auch alle adelig sind, weil das sind ja Krieger. Und die drittgeborenen, fünf Geborenen von irgendeinem Grafschaftshaus. Da fängt für mich so eine Kampagne nicht so voluminös, nicht mit so einem Paukenschlag an, als wenn du sagst, okay, der mit euch da spricht, der Johnson, der euch den Auftrag gibt, der ist einfach mal auf der Hierarchie-Ebene x-Latten über euch. Und dann hat dieser Auftrag, dass von dem Will viel mehr Gewicht als, ja, wir kriegen halt Geld dafür. Und hier Alrik 2 braucht noch eine neue Rüstung, also machen wir das Ding halt mal. Da fällt mir übrigens noch eine dritte Gruppe ein, die vielleicht gar nicht so, vielleicht doch öfters vorkommt. Ich weiß es nicht. Der Held, der innerlich gar kein Held sein möchte und sich nach außen gar nicht als Held darstellt, weil er so viel Schlimmes oder Schlechtes erlebt hat und irgendwie innerlich gebrochen Konflikt hat, was auch immer. Und dann tatsächlich sich, sag ich mal, mit dem Alrik von nebenan abgibt und da einfach nur diese kleinen Sachen, Probleme lösen möchte. Und dann in eine große Geschichte doch wiederum verstrickt wird, was er eigentlich gar nicht wollte. und somit hilft seinem Bauerns-Nachbarn dann eben auch mit zum Helden aufzusteigen. Das ist auch nochmal so ein Punkt, wo, ich sag mal, der Krieger, der gar kein Krieger mehr sein will und dann doch wieder zum Heldenkrieger wird. Dann aber zum Mentor wird quasi, weil die Not, das ihn dazu macht, super. Also sowas mag ich sehr, sehr gern. Kenne ich jetzt aber auch kein Kaufabenteuer, das sowas vorsieht oder wo man sowas wirklich gut einbauen könnte. Klar, wenn du es in der Gruppe hast, als Gruppengefüge geht sowas immer. Da wäre jetzt der schwarze Turm prädestiniert, wenn wir jetzt sagen, wir hätten eine Gruppe von Handwerkern, also, ich weiß nicht, wer den schwarzen Turm kennt, das war das Startabenteuer von DSA 3. Ich glaube, da bespoilere ich keinen, wenn ich den Plot verrate. Wo halt Kaufmanns Tochter entführt wird, hol die zurück, ganz einfach. Und angenommen, du hättest jetzt wirklich eine Gruppe von Wandersgesellen, die irgendwie Schäfer-Schreiner sind, die auf der Wald sind, aber einen Alten mit dabei haben, der, ich will keinen Krieg mehr. Und dann passiert so was und die Jungs machen sich in die Hose, boah, das sind echte Räuber, die haben echte Waffen, was sollen wir da machen? Ganz ruhig, wir gehen erst mal gucken. Und die dann so alle, also das hat echt, das muss ich mir aufschreiben, sowas würde ich gerne mal machen. Coole Sache. Ich hab Plot-Idee. Juli, wir brauchen das mal. Kannst du ja sogar noch ein Level draufsetzen, dann kannst du das ja ideal für eine Gruppe mit drei oder vier EinsteigerInnen und einem erfahrenen Mitspieler, die man ansetzt, wo du ja quasi das IT und OT verbinden kannst. Wobei natürlich auch die Leute Durstdorf haben müssen. Wahrscheinlich sind die meisten neuen Spielerinnen eher in der Rolle der klassischen Heldencharaktere. Ich glaube, wenn man das erste Mal Pen-Paper spielen möchte, man meistens nicht unbedingt den Handwerker spielen, der sich bei der ersten Gefahr nachvollziehbarerweise lieber verdrücken möchte, sondern halt jemanden, der zumindest das Potenzial zum Helden oder zur Heldin hat. Das war nicht das Potenzial, sondern halt die Grundvoraussetzungen, die man so auf dem Papier sehen möchte. Also ich hatte tatsächlich so jemanden mal in meiner Runde, das war ein Söldner, der sich so, ja, gar kein Söldner mehr sein wollte. Der hat einfach viel Kacke vorher erlebt und der wollte da raus und der war einfach in so einem schlichten, einfachen Dorf. Eigentlich, wo gar nicht so viel los war, aber da passierten dann natürlich Dinge mit Wolfsüberfällen und Goblins. Plötzlich konnte der Goblin nicht sprechen. Aufgrund seiner Erfahrung konnte der Goblin nicht sprechen und dann waren Aufgaben auf einmal viel schneller gelöst. Und was auch super interessant war, der hat gesagt, ja, nee, ich töte euch jetzt nicht hier die 100 Wölfe. Ich bringe euch das, wie ihr das machen müsst, wie euer Dorfschützenkürz, etc. Aber ich werde mich da jetzt nicht hinstellen und jeden Wolf einen nach dem anderen abschlachten. Also das war halt auch eine interessante Lösung, die so ein Krieger, der seiner Bestimmung als Krieger nachgehen will oder als Söldner ja gar nicht vielleicht gewählt hätte, sondern aus einer anderen Perspektive, der sagte, ich bringe euch allen, das Helden sei bei. Ich bin es nicht mehr, ich will es nicht mehr, aber ich bringe es euch bei. Aber es klingt zumindest so, als wäre die beide an sich eher auf der Seite von, tatsächlich eher zu präferieren, dass es eher untypische Heldinnen sind. Oder gibt es auch etwas, was für klassische, also für den ausgebildeten Krieger, für die ausgebildete Magierin als Grundvoraussetzung spricht? Ansonsten kann ich ja auch den. Die gibt es auch. Also ich finde auch, die klassischen Helden, die sind es ja sowieso gegeben. Also in fast jedem Pen & Paper, sage ich mal, das Pendant, so nehmen wir mal D&D, da hat man ja fast nur die klassischen Helden. Also ich habe da jetzt, glaube ich, noch nie von D&D gehört, dass da Alrik loszieht. Ja, wobei da, finde ich, hat, ich glaube, es war sogar tatsächlich Thorsten, der ja auch schon mal hier zu Gast war, einen guten Punkt gemacht. Das Regelwerk ist einfach sehr auf den Kampf getrimmt und im Kampf nimmst du halt, also hast du dann diese Rolle, aber du kannst tatsächlich den Charakter ja so spielen und der ist einfach nur auf dem Papier. Ja. Ah. Weil regeltechnisch ist er der Krieger, weil das so quasi seine Art, seine Herangehensweise ist, Dinge zu lösen, aber de facto ist es halt eben der Bauer oder sowas. Also es gibt nicht die Profession oder die Klasse Bauer, sondern es gibt quasi, der wird halt so die viel, also du suchst dir halt das aus, was am besten dazu passt, aber das rollenspielerische ist ja, zumindest so, ich ihn verstanden habe und da vertraue ich ihm mehr als mir, weil er lebt in Amerika, er hat da mehr Erfahrung mit den direkten Spielern und Spielerinnen. Das ist, das, die Klasse spielt halt eher wirklich eine gamistische Rolle, also eine rein spielmechanische Rolle und weniger eine Rolle, die da in Charakter definiert, wären zum Beispiel eine Profession bei DSA, bei DSA 4 noch mehr, gerade mit sowas wie akademischer Ausbildung damals, also etwas, was einem eine Steigerungserleichterung gibt, aber auch bei DSA 5 mit diesen großen Professionspaketen, die ja einen guten Anteil der Abenteuerpunkte veranschlagen, natürlich eine ganz andere Voraussetzung gibt, da kann man das nicht mehr, also da ist das Rollenspiel auch viel mehr an die Werte, viel mehr an den Werten orientiert, weil die Werte eben viel mehr abdecken als nur die Kampfprofessionen und die Kampffähigkeiten, wie es bei dir in DSA primär im Vordergrund steht, aber ich bin auch kein Experte. Also zumindestens bringen alle Professionen irgendwie so ein wirkliches Heldendasein mit, also den Reihen von Holzfäller oder einfachen Webergesellen gibt es meines Wissens nach in D&D so gar nicht. Und ja, der Crunch ist halt wirklich nicht nur Kampf, sondern Tabletop-Kampf basiert ausgelegt, das ist richtig. Und das macht für mich DSA wieder so mega liebenswert. Klar könntest du sagen, wir machen eine reine Fluffrunde in D&D, aber auch die Fertigkeitenkombinationen geben das für mich nicht so 100% her. Also jetzt gerade mit DSA 5, so Szenen, die ich sehr gerne mag, ist halt, was weiß ich, die Schankmaid, die ein bisschen runder ist, ein bisschen tieferen Ausschnitt hat, flirtet den Jungen, was weiß ich, Schafschirten an, weil sie halt einfach ein Bier mehr verkaufen will und der ist halt so unerfahren, dass er sofort rot wird bei dem kleinsten, zwiespältigen Ausdruck, den sie macht, dass man sagt, okay, ja alles klar, da würfel doch mal auf Willenskraft, wie gut kommst du mit der Situation, klar rennst du schreiend raus, weil du total überfordert bist oder so. Das sind halt so richtig schöne kleine Ecken, die fallen mir in einem anderen System schwer. Klar kann man sagen, das macht DSA sehr groß und sehr sperrig, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Ich fühle mich damit sehr, sehr wohl. Ich glaube, das bringt aber vor allem mit, was für mich auch so ein bisschen das Argument, mehr, also DSA hat für mich vor allem in vielen Punkten den Anspruch, eher sich an einem realistischen, realistischen Abbild der Wirklichkeit mit fantastischen Elementen zu orientieren, weil es eben so viele Dinge auch in Regeln fasst und viele Dinge so, natürlich, also so, also auch DSA ist, glaube ich, auch vom Power-Level her, ist bei D&D, die Spirale geht einfach viel schneller in die Höhe und man hat viel schneller übermächtige Charaktere, die halt kein Problem mehr haben, 100 Orks niederzustrecken. Ja, das mit Göttern aufzunehmen, also egal, wie viele Drachen du tötest oder Orks tötest in DSA, du wirst niemals einen Gott killen können. In D&D ist es nicht wirklich eine Herausforderung. Ja, weil auch da immer ein ganzes Verständnis von Gottheiten einfach besteht. Aber ich finde auch, also ich möchte jetzt tatsächlich mal die Lanze für jetzt mal klassischere Heldenrollen oder Heldenprofessionen brechen, weil ich persönlich da, also ich verstehe eure Punkt, aber ich mag, also ja, der Bauer oder die Bäuerin kann auch eine Lösung für ein klassisches Abenteuer finden und natürlich muss ich dafür kreativer sein, aber gleichzeitig ist für mich, ich versuche, also wenn ich DSA spiele, spiele ich das auch oft mit diesem Wunschenden, eben ein sehr realistisches, natürlich werde manche Sachen einfach vernachlässigen, also ich interessiere mich nicht, wie oft dein Charakter auf Toilette geht und wann und wo er genau auf Toilette geht. Das sind Sachen, die ich gerne mal vernachlässige. Ich bin auch, finde es auch nicht so dramatisch, wenn auf den typischen Karten von Häusern, dass es wohl zu DSA-3-Zeit sehr aktiv war, die Toiletten immer fielen. Das war ja irgendwann so drin, dass es fast zum festen Anteil der Redaktion gehörte, zu prüfen, ob Toiletten auf Karten eingezeichnet sind. Aber meine Perspektive ist immer, der Bauer, die Bäuerin, die versucht, eine Heldin oder ein Held zu sein, wird in den meisten Fällen kläglich scheitern und sterben. Und jemand, der sein Leben lang zumindest am Waffenhandwerk geschult wurde, in Magie geschult, also der Bauer, die Bäuerin hat viel Zeit mit Sachen verbracht, die ihm jetzt nichts mehr helfen. Also ich würde niemals dem Kriegerarbeit vertrauen, wie man einen Acker sinnvoll bestellt und wie ich ein Dorf ernähre. Aber das brauche ich im Abenteuer halt auch in den seltensten Fällen. Also es ist sehr viel Zeit in etwas gesteckt worden, was einem jetzt hier nichts mehr bringt. Und deswegen ist auch für mich irgendwie die Perspektive, dass, also ich fühle mich tatsächlich so mit diesem Gedanken, dass der Bauer, die Bäuerin dann hält, also die Heldenrolle übernimmt, wenn es genug Leute in dieser Welt gibt, die eigentlich viel besser dafür ausgestattet sind. Das ist für mich immer so ein Punkt, wo ich mich dran reibe und wo ich mich wesentlich wohl damit fühle, wenn ich Leute habe, wo ich sage, ja okay, es ist glaubwürdig, dass die Charaktere auch gefragt werden, dass die Leute in diese Position kommen. Während ich mir bei anderen Charakteren viel mehr Gedanken, also man viel oft in die Frage kommt, warum eigentlich macht dieser Charakter das und wieso gelingt ihm das? Und ich komme auch nicht so in diesen Zugzwang als Spielleitung zu schauen, wie schaffe ich es, ist, dass meine Gruppe das Ganze überlebt, wenn sie eben mal was riskieren muss, wenn sie in ein Kampf gerät, den sie nicht einfach ausweichen kann. Musst du dafür sorgen als Spielleitung? Das ist vielleicht meine persönliche Philosophie, aber ich finde, also die Gruppe sollte, also das kann glaube ich oft zu sehr unbefriedigenden Enden einer Kampagne oder einer Runde führen. Das ist richtig. Ich glaube gedanklich wäre es sonst halt, das andere Ergebnis wäre, ich lasse die Gruppe fünfmal den Bauern spielen und vier davon sterben halt kläglich, weil das ist der Lauf der Dinge und der fünfte Bauer, dem gelingt es dann, weil der vielleicht mal den Fehler an seiner Vorgänger gelernt hat auf Meta-Ebene. So, die Vorgänger irgendwelche Nachrichten da gelassen haben, wir sind ja hier nicht später zu, du. Ja, klar, also zum einen finde ich, ich bin auch hier, also ich glaube, bei mir ist noch nie ernsthaft ein Spieler wirklich gestorben bei Killed by Dice oder so, aber wenn du für die Spieler merken, okay, wir können eigentlich machen, was wir wollen, der Meister sorgt dafür, dass wir durchkommen, egal ob du jetzt ein ausgebildeter Krieger bist oder ein Bauer, fragwürdig für mich. Ich glaube, das ist auch ein Schritt zu weit, also ich erwarte von meinen Spielern schon, dass sie, also in dem Moment, wo ich das Gefühl bekomme, dass meine Spieler in Ausnutzen, dass sie wissen, dass ich sie in der Regel versuche zu schützen und sie nicht zu töten, dann werde ich sie auch, dann laufen sie ins Messer, also wenn ein Vampir in einer Bärwolf-Kneipe lautstark sich outet, dann wird dieser Vampir sterben, keine Frage, in jedem Setting oder bei DSA, wenn du als, wenn da der ein Ratschengläubiger in der Burgfestung mit 50 Orks läuft, ja, oder wenn du denkst, ja, okay, ich auffallige jetzt die Kaiserin bei der Audienz, natürlich wirst du dann nicht mehr lebend da rauskommen oder zumindest nicht frei und lebendig. Das ist gar keine Frage. Nur meine Grundperspektive ist, ich möchte, dass die Gruppe überlebt, weil eine Geschichte lässt sich besser mit lebenden Charakteren als mit Toten. Mit Toten und Charakteren ist die Geschichte einfach zu Ende. So, dann kann ich die Geschichte für die anderen weiter erzählen, also einzelne Toten sind vielleicht noch was anderes, aber ich glaube, das liegt doch daran, dass ich inzwischen einfach, also DSA ist, glaube ich, sehr gut darin, die kleinen Geschichten zu erzählen. Das macht es, glaube ich, besser als zumindest jedes Rollenspiel, was ich kenne, aber ich möchte eben auch die großen Geschichten erzählen und ich möchte sie auch in DSA erzählen. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, für die großen Geschichten, für Literatur eignet es sich sehr gut, wenn man da den Bauern oder die Bäuerin hat, weil es da ja auch mehr darum geht, dann geht es halt wirklich, der Autor hat alles in der Hand, aber ich habe eben auch sowas wie Würfel. Ich habe eben etwas, das ist quasi ein systemeigenes Balancing, weil es eben am Ende ein Spiel ist und es da gewisse Mechaniken gibt und ich müsste entweder die Mechaniken so anpassen, dass damit der Bauer oder die Bäuerin dieselbe Chance hat, es zu bestehen wie ein Krieger oder ich muss die Geschichte halt runterfahren. Das heißt, du bist mehr pro dieser Geschichte, wo nicht Alrik von nebenan einem komischen Geruch nachgeht und feststellt, dass da irgendwie ein Ableger eines Drachen zu bezwingen ist per Zufall, sondern wo der Held mit dem Wissen einsteigt, ja, da ist jemand, das ist so eine große Herausforderung, da muss ich mich mit drei weiteren Helden dem stellen. Das muss nicht mehr das sein, ich finde es auch schön, wenn Helden oder Heldinnen Geschichten hineintaumeln. Das kommt immer auf die Geschichte an und auf den genauen Plotverlauf, aber ich erzähle lieber die Geschichte von einem Krieger, einem Magier und einer Geweihten als die Geschichte von einem Bauern, einer Wäscherin und einem Holzfäller. Ich glaube, das wäre so eine Zusammenfassung. Ich kann theoretisch mit beiden dieselbe Geschichte erzählen, aber ich, aus meiner Wartung, aus meiner Blick auf Aventurien, kann das nicht unter einen Hut bringen, dass beide Gruppen diese Geschichte bewältigen können in den meisten Geschichten, die ich erzählen möchte, weil es eigentlich, also ich finde auch zum Beispiel, Kämpfe sind ein wichtiges, auch in DSA oder in Aventurien, ich mag Kämpfe und ich finde, für mich sind Kämpfe ein wesentlicher Anteil von Spannungskurven. Es gibt sicher auch Abenteuer, die ohne gut funktionieren und die spiele ich auch, aber in den meisten Abenteuern kommen eben Kämpfe vor und spätestens in einem Kampf wird es sich meistens relativ schnell herausstellen, dass jemand zehn Jahre lang darin gelernt hat, seine Waffe im richtigen Moment hochzuziehen, um sein Gesicht zu schützen und wenn das der Bauer macht mit seinem Dreschflegel, wird er wahrscheinlich nicht überleben. Dann weiß der aber zum Beispiel, dass der Boden sandiger ist, weil er es sieht und dass er dem anderen Sand in die Augen werfen kann. Also es ist immer eine Frage, welche Möglichkeiten nimmt der Charakter für sich mit ein. Das ist genauso, wie du sagtest, naja, der Bauer, der damit auszieht, aber der wird vielleicht der sein, der dem Krieger, der nichts mehr zu essen hat, erklärt, pass mal auf, das ist doch ganz da, hier siehst du doch sandiger Boden, das hier können nur Wildmoorrüben sein, die kannst du essen. Brauchst du jetzt nicht anfangen, irgendwie deine Schuhe aufzuessen, die aus Leder sind. Also es gibt für mich in jeder Gruppe, in jeder Konstellation Möglichkeiten, einem Charakter zu glänzen und mein aller, aller liebstes Beispiel, wenn du, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch online sind, weil Claudine hatte die ja vom Kanal, glaube ich, runtergenommen, die hat mal die Auckland-Triologie, also die erste Kampagne, die es in DSA gab, damals in DSA 1, geleitet und da hat zu einen Piraine-Geweihten gespielt, ist ja der allerletzte Charakter, den ich auf ein Abenteuer schicken würde, ist ja Piraine-Geweihten, weil der ist dafür da, das Feld zu bestellen und Leute zu heilen. Gut, als Heiler könnt ihr mitschicken. Und weil du es vorhin so schön sagtest, also wenn ich was auslasse, ist wie die Helden irgendwie auf Toilette gehen, der hat das ausdiskutiert mit seinen Kollegen, was, du hast Bauchweh, wie war denn dein Stuhlgang heute Morgen und so weiter und so fort. Das war in den ersten paar Minuten Fremdschämen beim Zuhören, aber der Zuhöre hat das so genial gemacht. Also wieder, wenn man will, kann man aus allem eine tolle Geschichte machen. Ist jetzt kein Helden-Epos, gebe ich zu. Den Drachen interessiert es halt wahrscheinlich wenig. Das heißt, für mich stellt sich aber auch die Frage, an welchem Punkt ich einer Geschichte einsteige. Wenn ich in eine Geschichte, sage ich mal, mehr oder weniger straight oder auf Umwegen oder auf paar kleinen Fragezeichen, aber wirklich in ein fulminantes Epos-Ende gehen möchte und da auch entsprechend vielleicht auch fantastische Gegner, die es tatsächlich in DSR ja auch gibt, zu finden in diversen Büchern, wo man sich fragt, wie passt das überhaupt in die Welt? Aber wenn ich da drauf als Meister zusteuern möchte, dann kann es durchaus vielleicht schwierig werden, zu sagen, naja gut, du als Ari kommst mit. Ist vielleicht aber auch eine Frage der AP, wo die Helden stehen mit ihren AP, wo sie einsteigen, oder? Das in jedem Fall, aber ich glaube, das ist immer so eine Frage, ich glaube, da ist auch, du kannst halt nicht den ausgebildet, also ich finde schon manchmal beim Charakterbau bei DSR 5, wenn ich auf Erfahren starte, das Gefühl, dass der Charakter eigentlich sich nicht anfühlt, wie jemand seine Ausbildung abgeschlossen hat, was ja eigentlich das Bild ist, was das vermitteln soll, also gerade bei Kriegern von der Kriegerschule oder bei Geweihten oder bei ausgebildeten MagierInnen, aber das ist ja so ein bisschen auch, glaube ich, tatsächlich die Frage, du kannst natürlich sagen, ich starte mit dem Charakter auf dem niedrigsten AP-Grad, das ist unerfahren und spiele halt wirklich den Bauern hoch, aber dann musst du, also erzählst du am Anfang halt wieder, sagen wir mal, die kleinen Geschichten erstmal, dann sagen wir dir in den kleinen Geschichten Erfahrungen, dann erzählst du die etwas größeren Geschichten, bis du irgendwann zu den großen Geschichten kommst. Das ist ja das klassische System, wo eigentlich diese Rollenspiele drauf beruhen. Meiner Erfahrung nach spielt man häufiger, dass man sich sagt, okay, wir möchten diese Geschichte, dieses Kaufabenteuer oder ich habe diese Idee, eine Homebrew-Kampagne und startet auf einem passenden Erfahrungsgrad und der ist entsprechend höher oder niedriger. Also ich glaube, es gibt wesentlich mehr Gruppen, die die Bauwart-Kampagne mit entsprechend vielen Start-AP angefangen haben, als Gruppen, die sich bis dahin hochgespielt haben oder Charaktere auch nur, selbst wenn die nicht mehr in der festen Gruppe waren, so eine neue Gruppe dafür gekommen sind. Und man kann sicherlich auch die Entwicklung spielen, aber selbst da, in meinem Kopf ist halt immer so dieser Punkt, ja und der Bauer, der mit 17 auszog oder die Bäuerin, hat halt eben zehn Jahre Rückstand in der Ausbildung auf den Magier, die Magierin oder den oder die Geweihte. Und das bildet DSA schon wiederum schlecht ab eigentlich, weil DSA ein System ist, wie die meisten Rollenspieler das versucht, fair zu sein, wo die Realität einfach nicht fair ist, weil eigentlich müsste ein Geweihter, der von seinem Kindesbein an ausgebildet wurde und am besten noch einen Adelshintergrund hat, also auch noch der frühen Kindheit eine sehr große Bildung genossen hat, in denen regeltechnisch relevanten Werten viel einen riesen Vorsprung haben. Natürlich, der Bauer hat halt ganz andere Erfahrungswissen und kann halt eben, also bei Ackerbau ist halt einfach quasi zu günstig zu steigern für das Wissen, was man braucht, um einen Acker zu bestellen. Also wenn man sich guckt, wie teuer manche Talente bei DSA 5 sind, das ist in keiner Relation. DSA 4 war ein bisschen mehr in der Richtung, aber da war es ja nicht ausreichend, weil man DSA 5 hat auf die Priorität gesetzt zu sagen, was halten wir für Abenteuer relevant, das ist teurer und was ist selten relevant, das ist günstiger und Ackerbau wird, glaube ich, auf A gesteigert. Das heißt also, einen meisterhaften Bauern zu erstellen mit 18 Punkten darin kostet dich irgendwas knapp über 30 AP, wenn du die Attribute mitbringst. Aber würdest du nicht den Bauern, sagen wir mal, zugestehen, man überspringt die 10 Jahre Erfahrung mit dem Fluff, die er gesammelt hat und in der Zwischenzeit zum Helden geworden ist, in dem er sich eben umorientiert hat und dann eben doch seine 200 Punkte Erfahrung in bestimmte Fähigkeiten oder keine Bäuerinnen mehr. Dann spielst du einen Helden, der einmal ein Bauer war. Und das finde ich so ein ganz anderer Punkt. Mit dem Charakter kann ich wesentlich besser arbeiten. Aber ich, also ich als Spielleitung mit den Plots, die ich entwickle, mit den Plots, die Geschichten, die ich schreibe, ist es meistens eher schwierig, also klassisch ist es weniger der Bauer oder die Bäuerin, die sehe ich selten, aber klassisch sind sowas Handwerkercharaktere, die ihre Fähigkeiten in einen solchen Abenteuer sehr selten einbringen können, weil das ist ja eine Sache, die meistens viel Zeit kostet und die Offscreen geschieht. Aber schon die haben oft das Problem, dass sie einfach also wenige Fähigkeiten mitbringen, die für die meisten Abenteuer, die meisten Geschichten relevant sind. Und viele Punkte in Fähigkeiten setzen, die man eben nicht so aktiv braucht. Die SA gibt zumindest die Möglichkeit, das zu nutzen, mehr als andere Systeme. Aber auch da ist es halt wieder, du kommst zu diesem Punkt, dass auch in der Charakterentwicklung danach, wenn du dein erstes Abenteuer bestanden hast und du hast tatsächlich überlebt, entwickelst du den Charakter jetzt als Handwerker weiter wird dein Schmied ein Meisterschmied oder möchtest du am Ende einen, sag ich mal, spielst du am Ende einen Krieger, der einmal ein Schmied war oder einen Kämpfer, der einmal ein Schmied war oder eine Kämpferin? Das wäre halt eine wirkliche Entwicklung, wenn er halt sagt, okay, ich habe eine ganz andere Welt für mich entdeckt. Also der Schmiedegeselle, der irgendwie durch einen Verrindelwald geht und ein Wolpertinger-ähnliches Wesen sieht, auf einmal merkt, okay, es gibt eine ganz andere Welt außer meine Schmiede und meinen Amboss und meine Pferde, die will ich mal erkennen. Ich war schon immer gut im Lesen und beschwenkt auf Gelehrter um. Finde ich super Basis für eine Helden-Story. Besser als wenn es ein super straighter Held ist, aber ja, geschmacksam. Ja, also ich finde, man sollte auch, also man muss, glaube ich, aufpassen, dass man nicht anfängt, dass jemand, nur weil er eben ein Krieger ist oder eine Magierin, zu sagen, ja, der ist halt, das ist eine straighter-Helden-Story. Also auch da sind, finde ich, super viele Entwicklungsprozesse, die vielleicht dann nicht so, nicht so lebensverändernd sind wie der Schmied, der am Ende zum Gelehrten wird. Aber auch da kannst du ja durchaus eine Krack der Entwicklung spielen. Der Krieger, der von der Schule kommt und überheblich auf alle hinabblickt, die nicht in der Kriegerschule ausgebildet sind und bis er das erste Mal auf einen Söldner trifft, der eben zeigt, ja, wenn ich dir Dreck ins Gesicht schmeiße, hast du Dreck im Gesicht. Und das macht dir halt, machst du eben nicht bei euch im Ring, wenn ihr eure Schwertfolgen folgt oder wenn ich halt eben ich gucke und dann, wenn du, dann trete ich dir vor das Schienbein und hau dir einen Knauf ins Gesicht, anstatt mit meinem Schwert zu agieren und Schlagfolgen zu folgen. Also ich finde tatsächlich, das ist ein Argument, was man für beide Gruppen durchaus treffen kann. Also das, ich glaube, da muss man einfach sich den Charakter angucken und dann müssen die Spieler quasi mit dieser Perspektive rangehen, welche Entwicklung soll mein Charakter nehmen? Also welche, mit welchen Schwächen starte ich, die im Verlaufsabenteuers bearbeiten kann? Ja, da bei solchen Personen gemischte Gruppen durchaus sagen, sind okay. Obwohl, also jetzt gehen wir mal von der Perspektive aus, ich möchte da ein Epos spielen und doch durchaus eigentlich die Helden gebraucht werden. Dann hat man aber ein, zwei Leute, die sagen, naja, aber ursprünglich war mein Charakter, vielleicht hat er jetzt etwas entwickelt, weil man ja dann doch eine bestimmte AP braucht. Würdet ihr da beide Arten zulassen, gemischte Gruppen? Oder würdest du sagen, ist besser, ich hab eine homogene Gruppe? Also ich bin prinzipiell, ich glaube, da ist zumindest, wenn man einen Gruppenkonsens hat, also ich halte einen Gruppenkonsens durchaus für sinnvoll. Man sagt, wir spielen Charaktere, die halt die gewissen Eigenschaften mitbringen und sagen wir den straighten Weg gehen oder man möchte den Weg, den Kaufabenteuer zumindest vorsehen. Oder ich hab Leute, die sagen, ja, ich spiele untypische Helden oder unerwartete HeldInnen und dann ist es halt also quasi auch implizit in der Voraussetzung, dass alle ist klar, dass natürlich man schlenker laufen wird. Man nicht, also dann, man muss sich andere Lösungen überlegen, man wird auch andere Schwerpunkte in Abenteuern setzen, auch als Spielleitung. Also ich halte es, glaube ich, tatsächlich dafür sind wir sich vor, darüber klar zu werden. Man kann sicherlich auch Konzepte entwickeln für eine Gruppe, eben so ein Mentorenkonzept. Da müssen wir natürlich auch bereit sein zu sagen, okay, vielleicht starten wir mit sehr unterschiedlichen Erfahrungsgraden. Dann wirklich hat man halt einen, der halt sehr viele Erfahrungspunkte bekommt am Anfang, der aber als Rolle schon darauf angelegt ist, Mentor zu werden und im Hintergrund zu treten, der quasi anderen wachsen lassen möchte. Aber ich tendiere da eher dazu zu sagen, okay, man einigt sich vor, in welche Richtung es gehen soll. Weil eben so eine Geschichte, die, sagen wir mal, diese kleinen Geschichten zu erzählen, das möchten nicht jeder Spieler, nicht jede Spielerin und nicht jede SL und umgekehrt. Auch die großen epischen Geschichten müssen nicht immer jeden abholen. Also es gibt Leute, die mögen lieber die kleinen Geschichten. Halten wir mal fest. Für Mischka bleibt der kleine Mann, der den Helden, ob das auf einer Macke oder Mikroebene oder wo auch immer in seinem Bereich in der Welt spielt, ist definitiv eine sehr spannende Herausforderung und Atta vorzugt dann doch vielleicht den Helden, der den epischen Drachen umlegt. Und da stellt sich für mich für irgendwann mal eine neue Podcastrunde die Frage, wie viel Epos und Fantastik verträgt denn DSA und darf DSA haben? Kommen wir an D&D jemals heran, wenn wir DSA spielen wollen? Können wir D&D-Abenteuer in Aventurien umsetzen? Aber das ist irgendwann für die Zukunft. Wahrscheinlich. So viel Kobold und Goblins gibt es in Aventurien nicht, wie du ein D&D brauchst als Gegner. Vielleicht in der Parallelwelt. Podcast abgehakt. Folge ist damit gecancelt. Nein. Haben wir vielleicht andere fantastische Lebewesen, die man entsprechend auch einsetzen kann. Ja. Ja. Somit kommen wir auch langsam zum Ende unseres Podcastes. Und wenn ihr euch diesen angehört habt, so interessieren wir uns natürlich, was spielt ihr denn am liebsten in Aventurien? Inzwischen haben wir ja eine ganze Menge an Personen und Möglichkeiten abgehandelt. Vom Eirik bis über den Schurken bis zum Helden und dem gefallenen Helden, der erneut zum Helden wird. schreibt das doch einfach mal in die Kommentare, welcher euer liebster Charakter ist oder die Entwicklung, die ihr mitgemacht habt in Aventurien. Wir freuen uns über alle Kommentare. An der Stelle bedanke ich mich nochmals bei Atta und bei Mischka, dass ihr heute mit dabei wart. Gerne. Es hat euch viel Spaß gemacht. Wir wünschen allen einen schönen Abend. Tschau. Tschüss. 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 Musik. Untertitelung des ZDF, 2020